In Versailles ist es der Spiegelsaal, in Neuschwanstein ist es der Thronsaal und im Habsburger Schloss Schönbrunn in Wien, da ist es die große Galerie. Wenn es um strahlende Räume voller Gold, Schnörkel und Verspiegelungen geht, dann hat sich der europäische Hochadel selten zweimal bitten lassen. Auch das russische Zarenreich hatte ein solches Zimmer, das aber seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen ist und seither zur Legende wurde. Ich spreche, na klar, vom Bernsteinzimmer. Wer das Zimmer erschuf, wie es einmal sogar als Währung eingesetzt wurde und was daraus wurde, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um einen Sound, den wir alle kennen. Und die Geschichte dahinter. Warum stoßen wir beim Trinken eigentlich immer an? Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn die Geschichte ohne Kriege und königliche Deals gelaufen wäre, dann würde das Bernsteinzimmer heute in der deutschen Hauptstadt stehen. Ursprünglich sollte es nämlich in einem Raum im Berliner Schloss Charlottenburg eingebaut werden und wurde dann auch tatsächlich im Stadtschloss an der Spree erstmals teilweise aufgebaut. Dann machte es sich auf die Reise gegen Osten, wurde mehrfach neu verbaut und verschwand schließlich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs spurlos. Wann das Bernsteinzimmer erstmals geplant wurde, wo es im Laufe seiner Existenz überall zu sehen war und warum es bis heute die Gemüter bewegt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Sven-Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hi Wim. Das Bernsteinzimmer, das verbinden die meisten Leute ja mit diesem Mythos, der ja im Grunde durch dieses Verschwinden des Bernsteinzimmers begründet wurde. Aber woher kam das Bernsteinzimmer eigentlich? Wer hatte die Idee, wer hat gesagt, wir brauchen jetzt so ein Zimmer? Also dass Bernstein ein faszinierendes Material ist und dass man mit Bernstein wirklich sehr, sehr prächtige Gestaltungen vornehmen kann, die auch dann eben wegen ihrer Prächtigkeit sozusagen repräsentativ sind. Das ist schon seit längerer Zeit bekannt. Das ist schon bei den Ostgoten so, dass es Bernstein-Schmuck gibt. Aber die wichtigste Bernstein-Lagerstätte, teilweise im Tagebau, teilweise unter Tage abgebaut, war eben in Ostpreußen. Das sind nicht versteinerte, sondern erstarrte Baumharze. Und gerade in dieser Region wuchs eine bestimmte Art von Bäumen offensichtlich, deren Harz sich besonders geeignet hat zu dieser Verhärtung, die dann, wenn sie geschliffen und poliert und möglicherweise noch gefräst wird, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll aussehen kann. Und als man auf diese großen Bestände dann gestoßen ist, wurde das ein königliches Privileg. Und Kurfürst Friedrich, der zugleich König Friedrich I. in Preußen war, ja nicht von Preußen, das durfte er damals nicht, hat in den letzten seiner Lebensjahre seinem Hofarchitekten E. O. Sander den Auftrag gegeben, aus diesem Material ein prachtvolles, kleines Kabinett zu bauen. Es ging mit Sicherheit darum, repräsentativen Charakter auszuüben. Bevor wir jetzt über diese Odyssee dieses Zimmers sprechen, es gilt ja heute, das hat ja den Beinamen, das achte Weltwunder. Gleichzeitig, also es gibt in Versailles den Spiegelsaal, es gibt in Neuschwanstein prächtige Zimmer. Es gibt ja eigentlich in allen großen Schlössern Europas so Prachträume, Prachtzimmer. Was brachte dieses Bernsteinzimmer dazu, nochmal daraus hervorzustechen, diesen Titel zu bekommen? Ich glaube, dass es daran liegt, dass es so etwas in dieser Größe aus Bernstein gefertigt, tatsächlich eben nur erst in Berlin und dann in Sasko Iselo bei St. Petersburg gegeben hat. Das ist ja umgezogen worden im Beginn des 18. Jahrhunderts. Es gibt tatsächlich nicht so riesengroße Lagerstätten für Bernstein in anderen Orten Europas. Und von daher gibt es mal hier und da ein kleineres Bernstein-Mosaik oder auch mal mit Bernstein in Tarsien ausgestattete Möbel. Viel Bernstein-Schmuck, aber tatsächlich ein so großes Objekt in diesem exklusiven Material. Das kenne ich jedenfalls aus keinem europäischen Schloss. Dann gehen wir mal auf diese Reise. Du hast es jetzt schon gesagt, ursprünglich in Berlin angefertigt, dann zeitweise in der Nähe von St. Petersburg ausgestellt, am Ende in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, dann verschwunden. Das war schon eine ganz schöne Odyssee, die dieses Zimmer im Laufe der Jahre, Jahrzehnte da auf sich nehmen musste, oder? Also gebaut worden ist es ursprünglich ja sogar für Charlottenburg bei Berlin, heute natürlich Teil von Berlin, aber damals eben noch nicht. Dann ist es aber nicht mehr dort eingebaut worden in diesem Lustschloss, in diesem Sommerschloss, sondern im Berliner Stadtschloss in ein etwas lieblos ausgewähltes kleines Zimmer am Rande der eigentlichen Flucht, weil inzwischen regierte Friedrich Wilhelm I., der Sohn von Friedrich I. in Preußen. Und Friedrich Wilhelm I., genannt der Soldatenkönig, hatte nicht so richtig viel Verständnis für diese Faszination, die Bernstein auf seinen Vater ausgeübt hatte. Und es war trotzdem eine Ansehnlichkeit. Es war auch bekannt. Und als dann Zar Peter zum Staatsbesuch, damals noch eine absolute ungewöhnliche Situation, dass Monarchen einander in ihren Schlössern besuchten, nach Berlin kam, zeigt er sich jedenfalls dem Vernehmen nach, das die Zeitungen, die damaligen Zeitungen verbreitet haben, sehr interessiert und sehr fasziniert von diesem Bernstein-Zimmer und er bat es sich als Geschenk. Und er tauschte dafür ein, fünf Dutzend großgewachsene Söldner, die Friedrich Wilhelm I. für seine langen Kerls gut brauchen konnte. Es ist nicht ganz klar, ob Peter tatsächlich so fasziniert war oder ob es ihm mehr darum ging, irgendwie ein Renommierobjekt aus Berlin mitzunehmen, denn tatsächlich eingebaut worden ist es und gezeigt worden ist es in einem Palast erst vier Jahrzehnte später. Dann eben in Sars-Kuriselo. Das ist sozusagen das Charlottenburg von St. Petersburg. Also ein vorgelagerter Schlossort, in dem prächtige Barockschlösser und Wohnanlagen für die Hofadligen bestanden. Und dort ist es eingebaut worden. Der Raum dort war aber sehr viel größer als das, wofür es ursprünglich gedacht gewesen war, in Charlottenburg oder dann eben in Berlin, sodass weitere Bernstein-Tafeln hinzugefügt werden mussten und vor allem Spiegel. Also das, was wir dann von 1755 an bis 1941 sehen können und was natürlich auch erst nach dem Ende der Zarenherrschaft für eine relativ große Öffentlichkeit zugänglich wurde, das klassische Bernsteinzimmer, war schon längst nicht mehr das, was ursprünglich in Berlin gestanden hat, sondern annähernd doppelt so groß. Und dann, du hast es schon gesagt, 1941. Bis dahin steht es dann dort. Und Deutschland greift die Sowjetunion an. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. Und zunächst wird ja von allen Seiten versucht, dieses Bernsteinzimmer zu schützen, zu retten. Wie läuft das dann ab? Also die Rote Armee hat sich eigentlich relativ wenig interessiert für den Schutz des Bernsteinzimmers. Sie hätten es ja abbauen können. Das sind so Paneele, die sind montiert gewesen auf einem Holzgerüst darunter. Das ist auch wichtig, dass es Holz ist, damit es sich ein wenig entsprechend der Luftfeuchtigkeit verziehen kann. Wenn man das also auf einen Beton- oder ein Stahlgerüst macht, dann zerplatzen irgendwann die Paneele, wenn die Spannungen innerhalb des Bernsteins zu groß würden. Deshalb ist es wichtig, dass es auf Holz montiert ist. Die Rote Armee hätte das abbauen können. Sie hat es nicht getan. Sie hat nur Säcke davor gehängt. Das schützt vielleicht gegen kleinere Splitter und auch mal die eine oder andere Kugel. Aber wenn da eine Mörsergranate reingeflogen wäre und andere Teile des Schlosses in Sars-Kuriselo sind getroffen worden, dann wäre das auch kaputt gewesen. Dann haben Kunstschutsoffiziere der Heeresgruppe Nord das abgebaut. Das ist im Prinzip auch kriegsvölkerrechtlich in Ordnung. Wenn du Kulturschätze hast in einer Kampfregion, und darum ging es ja, in Sankt Petersburg ist es ja belagert worden bis Anfang 1944 und Sars-Kuriselo war Teil dieses Belagerungsrings. Wenn du also in einem Kampfgebiet Kulturgüter hast, dann darfst du diese Kulturgüter nicht nur abbauen, sondern du bist sogar als verantwortungsbewusster Offizier gehalten, das zu tun. Allerdings gibt es strenge Regeln. Die sind nicht in einem Gesetzbuch niedergelegt, sondern sind wie das meiste Kriegsvölkerrecht aus dem Gewohnheitsrecht entstanden. Und die sehen so aus, dass abgebaute Kulturgüter frontnah oder jedenfalls in der Verantwortung derselben Großeinheit, also in diesem Fall der Heeresgruppe Nord, hätten verbleiben müssen. Das hätte zum Beispiel bedeutet, dass man sie irgendwo in einer baltischen Hauptstadt, sei es Vilnius, sei es Riga oder sonst wo, sicher einlagert. Das ist in diesem Fall nicht geschehen, sondern stattdessen sind die Kisten, ich glaube es waren 28, nach Königsberg gebracht worden, wo tatsächlich eine Hauptstadt des Bernsteins war, wo aber tatsächlich niemals das Bernsteinzimmer zuvor gewesen war. Denn es war ja für Berlin erstellt worden. Und in einem Raum, in einem Flügel des Königsberger Schlosses, das ist ein Schloss, das aus ziemlich disparaten Bauteilen besteht, ist es eingebaut worden. Und hier war dieser Raum wieder wesentlich kleiner als der in Sars-Konizelo, sodass die Spiegel und auch sechs oder acht der Paneele, die hinzugefügt worden waren, herausgenommen werden mussten. Aber man hat andererseits andere Anbauten aus russischer, zarischer Zeit behalten, sodass also dann eine Neuschöpfung des Bernsteinzimmers zu sehen gewesen ist. Zum ersten Mal im November 1941 und ab Frühjahr 1942 vergleichsweise regelmäßig. Und dort in diesem Schloss, das ist ja auch so der letzte bekannte Ort, wo das Bernsteinzimmer wirklich ausgestellt war und überhaupt der letzte bekannte Ort. Danach verliert sich die Spur. Was weiß man und was vermutet man heute? Wissen tut man eigentlich relativ wenig und das liegt daran, dass derjenige, der in dieser Königsberger Zeit als der Hüter des Bernsteinzimmers aufgetreten ist und der es auch versucht hat gutzumachen, Alfred Rode, Direktor der Museen im Königsberger Schloss, sich sehr unterschiedlich geäußert hat. Teilweise schriftlich, teilweise hat er nach dem Bombenangriff auf Königsberg seinen Vorgesetzten in Berlin mitgeteilt. Es sei ja gut, dass das Bernsteinzimmer nicht verbrannt sei. Dann gibt es aber wieder andere Äußerungen von ihm, die darauf hindeuten, dass das Bernsteinzimmer eben doch verbrannt sei. So auch Aussagen einer Freundin seiner Tochter, Aussagen vom Kastellan des Schlosses. Also es ist eine sehr, sehr unübersichtliche Quellenlage. Die Freunde der Tochter sagt zum Beispiel aus, und das wird oft zitiert, dass sie eine honiggelbe Masse zerflossen im Keller des Königsberger Schlosses gesehen habe. Das Problem dabei ist, Bernstein zerfließt nicht, wenn es Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt wird, sondern entflammt und verbrennt nahezu rückstandsfrei. Das kann jeder feststellen, der ein hässliches Stück Bernsteinschmuck hat und es mit einem Streichholz anzündet. Wenn es dann übrigens nicht verbrennt, dann war es Plastik. Es ist dann verschollen in Kaliningrad, in Königsberg. Es gibt aber ja auch immer wieder diese Geschichten, dass es in den Westen gebracht worden ist. Es gibt zum Beispiel, es gab in der Nähe von Wuppertal mal, da wurde mal danach gesucht, auch an ganz vielen anderen Orten. Im Grunde kann man sich die deutsche Karte angucken. In fast jedem Bundesland gibt es irgendeinen Ort, wo das Bernsteinzimmer sein soll. Was weiß man darüber? Was ist da dran, dass das Bernsteinzimmer irgendwo noch in einem Stollen oder in einem Bunker liegen könnte? Also ich glaube, da ist nichts dran. Aber der Grund für diese Spekulation ist natürlich, dass vor allem der ostpreußische NSDAP-Gauleiter Erich Koch, der relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg festgenommen wurde, dann nach Polen ausgeliefert wurde, zum Tode verurteilt und dann allerdings zu lebenslänglich begnadigt wurde und erst in den 80er Jahren gestorben ist, dass der immer wieder irgendwelche Andeutungen gemacht hat. Nach diesen Andeutungen sollte das Bernsteinzimmer also mal ins Jonastal in Thüringen verbracht worden sein oder auf irgendwelche Burgruinen, die bombensicher waren. Oder eben nach Wuppertal. Elberfeld, die Vorgängerstadt von Wuppertal, ist die Heimat von Erich Koch. Und dort hat man dann tatsächlich mal in einem zum Luftschutzraum ausgebauten Stollen danach gesucht und natürlich nichts gefunden. Genauso wenig wie in Schlesien, als man den sogenannten Goldzug gesucht hat, den es auch nie gegeben hat. Da ist, glaube ich, ziemlich viel von dieser Schatzsucher-Mentalität von Menschen dabei. Der Historiker guckt sich das an, hebt die Augenbrauen, wundert sich und denkt sich, Mensch Leute, lest doch mal die Quellen, beschäftigt euch damit, was Erich Koch wirklich gesagt hat und erkennt doch, dass ihr eigentlich diesen wirklich üblen Nazi hier auf den Schleim kriecht. Dann frage ich mal abschließend den Historiker, der die Stirn runzelt. Was denkst du, wenn du die Quellen dir alle anguckst? Gibt es das Bernsteinzimmer noch? Wird das nochmal irgendwann gefunden werden oder ist es verbrannt? Meiner Ansicht nach ist es 1945 verbrannt. Dort haben russische Truppen, sowjetische Truppen nach der Eroberung von Königsberg, das dann später Kalini gerade genannt worden ist, tatsächlich gebrannt schatzt. Und da bei dieser Gelegenheit werden auch die in Kisten verpackten Paneele des Bernsteinzimmers wahrscheinlich restlos verbrannt sein. Sven Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Ob beim Bier in der Kneipe oder beim Champagner auf der Hochzeit. Wenn wir Alkohol trinken, darf ein bestimmtes Ritual nicht fehlen. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, die Rede ist vom Anstoßen. Das gehört fest zu unseren Trinkrieten dazu. Und warum wir das so unermüdlich machen, das erzähl ich euch jetzt. Zu Beginn kann ich euch erstmal sagen, so einfach die Geste ist, so kompliziert ist die Geschichte hinter dem Anstoßen. Warum wir heute bei fast jeder Gelegenheit anstoßen, das lässt sich nämlich nicht mehr ganz sicher klären. Aber es gibt drei Theorien zum Ursprung der Tradition, die besonders weit verbreitet sind. Beginnen wir mal chronologisch. Nach der ersten Theorie stammt die Geste aus der Antike. Damals stießen die Menschen mit ihren Gläsern an, um mit dem klirrenden Ton Dämonen und Geister zu verjagen. Die nächste These sieht die Ursprünge im Mittelalter und das ist auch die verbreitetste Theorie. In dieser Zeit waren Giftmorde unter Feinden relativ weit verbreitet und so ließ man die Gläser aus Misstrauen aneinander schlagen. Wenn man Angst hatte, von seinem Gegenüber vergiftet zu werden, dann konnte man auf Nummer sicher gehen, indem man schwungvoll anstieß und dabei das Glas überschwappen ließ. Hypothetisches Gift wäre so nämlich auch im Glas des anderen gelandet und spätestens wenn dieser daraufhin plötzlich nicht mehr aus seinem Glas hätte trinken wollen, wäre die Absicht klar gewesen. Eine dritte Theorie stammt ebenfalls aus dem Mittelalter und sie geht davon aus, dass das Anstoßen eine Art war, um mit Reichtum zu protzen. Der Klang von kostbarem Kristallglas hört sich nämlich anders an, als wenn einfaches Glas aneinander stößt. Mit dem Anstoßen konnten wohlhabende Leute so auf mehr oder weniger indiskrete Weise ihren Status zeigen. Ob eine dieser Theorien korrekt ist, kann ich wie gesagt nicht abschließend aufklären. Spannend ist allerdings, wie sich die Tradition um das Anstoßen dann weiterentwickelt hat. Über die Jahre bildeten sich nämlich rund um das Anstoßen ganz eigene Umgangsformen. Als Adolf Freiherr von Knigge 1788 sein berühmtes Werk über den Umgang mit Menschen verfasste, wurden sie festgeschrieben und gelten mit länderspezifischen Unterschieden teilweise bis heute. Für uns in Deutschland besagt der Knigge zum Beispiel, dass traditionell nur mit alkoholischen Getränken angestoßen werden sollte. Nach modernen Gesellschaftsnormen ist es aber mittlerweile natürlich auch überhaupt kein Problem mehr, mit nicht-alkoholischen Getränken anzustoßen. In der Kneipe oder im Biergarten ist es auch gestattet, mit robusten Bier- oder Maßkrügen anzustoßen. Besser ist es aber immer mit Wein- oder Sektgläsern. Mit Schnapsgläsern darf man laut Knigge auf gar keinen Fall anstoßen. Und wenn ihr zum Anstoßen dann auch noch etwas sagen wollt, dann schickt sich zum Wohl oder besser noch auf ihr Wohl. Prost oder Gesundheit hingegen sind verpönt und gelten als absolut unhöflich. Und damit endet diese Folge von Aha History. Wenn euch Knigges-Benimm-Regeln interessieren, dazu habe ich bereits in einer anderen Folge ausführlich gesprochen und die verlinke ich euch in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer von euch zu hören, wenn ihr Kritik, Lob oder Themenideen habt. Schreibt mir gerne eine Mail an history-at-welt.de und lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo auf den Podcast-Plattformen da. Zum Abschluss sage ich danke an Imkara Bieger für ihre Hilfe rund um das Anstoßen. Und ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.